eigenheim für immobilieninvestoren ja nein kaufen mieten wann wie von der strategie her unter welchen voraussetzungen das schauen wir uns heute mal genau an provokativ ist ja der gerald hörhahn der investmentbank der eine ganz klare nein position bezieht die werden wir uns heute anschauen die kann ich zum großen teil nachvollziehen ich werde noch ein paar ansätze bringen wie eigenheim doch noch funktioniert mieten oder kaufen diese frage wird mir sich aufgestellt und ich hatte immer immobilieninvestments vom eigenheim zu trennen also das trennen ist hier primär so eine gedankliche sache denn ich bin ja trotzdem nach wie vor die person die handelt ja das eigenheim auf schulden in der pampa also am land ist der größte finanzeritum der mittelschicht für die menschen bis zu 30 jahren oft auch länger versklavt und wo sie schulden zahlen müssen und nachversteuerten einkommen und wenn sie das chaos abbezahlt haben wollen sie die kinder nicht und das haus ist alt und in vielen fällen nur schwer verkäuflich also schauen wir uns die verschiedenen punkte an die er sagt da steckt schon eine ganze menge drin wenn es abbezahlt ist dann ist es schwer verkäuflich warum weil es jahrelang nicht mehr renoviert wurde warum wollen es die kinder nicht weil es nicht renoviert ist weil sie häufig in eine ganz andere region gezogen sind viele denken ja auch das ist auch noch wichtiger punkt wenn ich ein eigenheim investiere das meine altersvorsorge die wichtigste altersvorsorge der deutschen ist ihr eigenheim aber ich kann halt nicht von abweisen ich habe keine verrentung ich wohne kostenfrei ja wobei kostenfrei nicht ganz stimmt ich habe unterhaltskosten und das eigenheim habe ich meistens zu zeiten gebaut wo ich viel platz gebraucht habe mit kindern und im alter brauche ich den platz gar nicht mehr habe wenn du also auch mehrere etagen ist gar nicht altersgerechtes ganze ist vielleicht auch ländlicher und ich will städtischer dass ich dort meine versorgung habe mit kulturellen angeboten mit ärzten eventuell also sind alles argumente warum ich das haus dann nachher doch nicht auf dauer halten kann was ist eigentlich gedacht hatte und viele dann aber trotzdem notgedrungen drin bleiben weil sie den schritt nicht mehr packen oder auch finanziell nicht funktioniert wo das eben schwer veräußerbar ist das objekt was heißt schwer veräußerbar heute wird für alles höchstpreise bezahlt irgendwo und überall aber die zeiten können sich auch wieder ändern und irgendwo es würde natürlich noch ein viel höherer preis bezahlt werden wenn das objekt in entsprechenden zustand hätte dann zu dem zeitpunkt nun das könnte man auch ändern von so her ist es naja ein argument aber es lässt sich auch anders darstellen die frage ist nur brauche ich diesen gedanken dass ich das eigenheim bis ins rentenalter halte brauche ich den denn unbedingt und das ist eine mindset sache muss ich in diesem objekt das ich mir kämpft habe mit schweiß und versklavung an den jeweiligen arbeitsort ich kann schlechten job wechsel machen weil ich ja die raten im hintergrund laufen habe ich kann deswegen schlecht umziehen und ich kann mir auch nicht eine selbständigkeit leisten die ich vielleicht starten wollen würde weil das ist ungewiss ob ich dann die raten weiter tragen kann also ich bin ein stück weit geknebelt was er ja auch erzählt muss es denn auf dauer so sein wir schauen uns dazu später mal noch mal die alternative an was ist denn wenn ich gar nicht mit dem eigenheim so ewig lang plan ist und uns zum beispiel als eigennutzer flip objekt sehe das ist eine der strategien wie ich eigenheim zum beispiel anschauen kann aber schauen wir mal weiter es ist ganz einfach wenn man heute ein eigenheim auf schulden kauft hat man einige gravierende nachteile im verhältnis zu immobilieninvestments nummer eins man kann beispielsweise reparaturen nicht von der steuer absetzen im kleinen stil kann ich es dort schon absetzen nämlich den personalaufwand der entsprechend entstanden ist anteilig der wäre sogar noch absetzbar aber von grobem hat er natürlich recht große beträge lassen lassen sie dann nicht von der steuer absetzen wenn ich heute im zinshaus habe oder die wohnung die heizung ist kaputt und ich rufe den handwerker kann ich die heizungsreparatur aus unversteuertem geld bezahlen und von der steuer absetzen unversteuertes geld und absetzen funktioniert natürlich nicht aber eins von beiden das meint er hier auch ist das beim eigenheim der fall wo ich was ich besitze dann kann ich das nicht auf der anderen seite wenn ich ein eigenheim miete kann ich einfach den vermieter anrufen und sagen bitte die heizung in ordnung bringen sonst bezahle ich die miete dafür zahle ich natürlich auch die entsprechend hohe miete und das argument von vielen ist ja dass sie sagen für das geld was ich für miete bezahl bekomme ich heute bei den niedrigen zinskosten dann eigentlich auch schon die komplette darlehensrate fürs eigenheim finanziert so dass ich hier dann sein kann finanziert der zweite punkt ist dass kleine wohnungen eine wesentlich höhere rendite haben als großwohnungen oder gar ganze häuser die grundsatztendenz dass die kleinen wohnungen eine höhere rendite haben als die einfamilienhäuser gilt für die städtische region definitiv wenn ich allerdings jetzt vergleiche die ein zimmer wohnung in der stadt mit dem einfamilienhaus auf dem land so kann ich dann doch tatsächlich auf gleiche mietrenditen kommen so dass also dieser vergleich insofern hinkt jetzt kann man natürlich argumentieren dass die ein zimmer wohnung in der stadt sicherer sei als das einfamilienhaus auf dem land aber von den renditen her bekomme ich hier schon dasselbe hin dieses einfamilienhaus in der stadt ist natürlich von der rendite völlig uninteressant die ein zimmer wohnung der stadt kann noch funktionieren die vierzimmer wohnung in der stadt funktioniert mit der klassischen klassischen vermietungskonzept in den top metropolen normalerweise nicht mehr von der mietrendite im neubau sowieso nicht mit wg zimmerweiser kurzfrist vermietung etc funktioniert natürlich auch die größere wohnung in der stadt entsprechend das heißt wenn man heute immobilien kauft beispielsweise ein zimmerwohnungen hat man einen viel besseren ertrag und gleichzeitig dann das eigenheim mietet als wenn man nur das eigenheim kauft und dann keine immobilieninvestment zahlt ertrag ist halt die eine seite hier haben wir gesehen ich kann durchaus auch mit dem einfamilienhaus in ländlichen gebieten und ich bin der meinung die sind sicherer anstatt unsichereres investment was zumindest die wertentwicklung angeht weil ich ja gerade in den städtischen lagen extreme wertsteigerungen drin hatte die letzten jahre die entsprechendes rückschlagspotenzial bieten und das habe ich eben ländlich noch nicht so stark mitgemacht sehe ich also die ländlichen regionen als sicherer an als die städtischen regionen und ich habe natürlich weniger mieter die ich dort finde ich muss länger suchen allerdings finde ich auch dort entsprechende mieter wenn ich entsprechend gutes angebot habe und das hat auch einen vorteil wenn ich heute beispielsweise ein unternehmen gründen will oder einen bankkredit für eine unternehmensgründung benötige und dann eng mit viel schulden habe werde ich das nie mehr bekommen also das ist natürlich dann der fall wenn ich das eigenheim völlig überteuert erworben habe dann habe ich dieses problem wenn ich einen vernünftigen preis im einkauf eines eigenheim bezahlt habe habe ich das problem nicht das ist ein weiteres problem mit dem eigenheim dass ich dazu neige hier eben einen haufen wünsche zu haben und deswegen diese wünsche und emotionalisierte kauf dazu führt dass ich unter umständen kein schnäppchen mache wenn ich an das eigenheim gedanklich wieder ein investment rangehe und sage ich brauche einen einkaufsgewinn ich möchte es aufwerten eventuell sogar durch eigenleistung und ich bin etwas flexibler was den genauen standort angeht und die genaue größe ausstattung etc dann kann ich hier eben auch ein super schnäppchen machen im einkauf und dann habe ich dieses problem nicht mehr so stark wo wenn ich den einkaufsgewinn fabriziert habe dann habe ich ja sogar noch das vermögen gesteigert im vergleich zu wenn ich das eigenheim nicht will dann kann das für meine unternehmensfinanzierung wenn ich denn überhaupt eine möchte sogar positiv sein und auch für weitere immobilieninvestments ist das eigenheim sehr positiv es gibt einige banken die sehr kritisch sehen wenn ich kein eigenheim besitze und nur vermietete objekte habe bei den blankodahlen zum beispiel ist es so dass viele programme darauf bauen dass ich ein eigenheim habe also das eigenheim wird durchaus positiv von banken wahrgenommen egal ob für eine firmenfinanzierung oder weiteres immobilieninvestment sofern ich mich nicht völlig überladen habe viel zu groß viel zu teuer viel zu hohe raten und das objekt auch vom einkaufsgewinn her überhaupt nicht gepasst hat sondern überteuert gekauft wurde dann verbaue ich es mir wenn ich allerdings günstig einkaufe niedrige ratenbelastung habe es gut in die haushaltsrechnung passt ich meine vermögensbilanz sogar noch verbessert habe dann ist es positiv allen anderen fällen kann ich nur dringend empfehlen wohne zur miete und kaufe gleichzeitig immobilien als geldanlage wohne zur miete und kaufe immobilien zur geldanlage finde ich super von super grundsatz trotzdem kann es manchmal auch gut funktionieren mit eigenheim und bietet ja auch die entsprechenden vorteile und versklave dich niemals für ein eigenheim das sehr individuell ist am land vielleicht noch mit marmorbad und schönen kamin es sei denn das marmorbad und der schöne kamin war for free und es war entsprechend günstig also neubau sicherlich nicht aber bestand aus der verwertung du kriegst ja diesen preis nicht wieder für diese luxusausstattung pool etc aber wenn sie mit dabei sind auf dem land dann kannst du natürlich mitnehmen und das ist ein finanzielles armageddon das dich über jahrzehnte lang versklavt jetzt schauen wir uns mal den klassischen einsatz an wie unsere kunden mit eigenheim umgehen zum einen die strategie von gerald hörhahn kleine wohnungen als start zu nutzen also auch die erste zwei zimmer wohnungen zum beispiel bei ich jetzt hier kein so fan bin dass ich sage es muss unbedingt die einzimmerwohnung sein das ist sowieso ein sehr starker fokus sind viele kunden haben auf diese ein zimmer wohnung in städten jahre von vielen gepredigt wird da gibt es zu wenig objekte und es werden zu wenig deals geschaffen nachher die da reinfallen deswegen würde ich den fokus da nicht so stark drauf legen aber zum eigennutz passt auch eine zweizimmerwohnung meistens ganz gut und die ist immer noch günstig genug häufig und die habe ich jetzt am anfang eigengenutzt und später vermiete ich sie zum beispiel ist zwar nicht die ideale kombination aber so könnte man zum beispiel starten die eigennutzerfinanzierung ist noch mal eine leichtere finanzierung als die für immobilieninvestoren wenn ich ein jahr lang drin gewohnt habe dann ist auch kein subventionsbetrug mehr wenn ich später ausziehe und entsprechende kfw finanzierungen abgeschlossen habe ansonsten ist es so wenn ich normale eigennutzer finanzierung abschließend etwas günstiger vom zins sind im regelfall als die immobilieninvestoren finanzierungen dann und ich überlege es mir dann später noch mal anders dann ist es also auch unschädlich von frühzeitig auszuziehen oder gar im zweifel gar nicht eingezogen zu sein darf natürlich nicht ausdrücklich so darauf angelegt worden sein aber ist dann im regelfall unschädlich und dann lasse ich kfw in dem fall auch raus wenn ich das risiko habe dass ich sehr frühzeitig ausziehe den verkauf b brauche ich also damit steuer förderer unschädlich ist entsprechend hier ein jahr mindest wohndauer entsprechend in dem objekt dann ein weiterer verwendungszweck wie eigenheim ganz häufig genutzt wird das ist die ist der eigennutzer flip hier brauche ich natürlich eine gewisse flexibilität auch von meiner familie von meinen ehepartner im zweifel wenn ich das nicht alleine mache denn häufig sind es ein familienhäuser reihenhäuser die hierfür genutzt werden und die nutze ich selten als single alleine oder einer partnerschaft alleine sondern da bin ich eher richtung wohnung unterwegs und hier ist es so dass ich also eine zehnjährige zinsbindung abschließe mit 100 prozent sondertilgungsoption nach meistens zwei jahren einräumen lasse und dann entsprechend das objekt wenig es lehrbezogen habe habe ich keine frischt wenn ich das erste mal vermietet erworben habe und dann erstmal mit eigenbedarfskündigung hineinziehe übrigens eigenbedarfskündigung auch ein tolles instrument um wohnungen die mit massivem anderen am markt sehr günstig erworben werden durch eine erst einmal eigengenutzte zwischennutzung entsprechend zu entmieten und massiv im werk zu steigern tolle strategie wenn ich also ein objekt habe das ich leer erworben habe habe ich keine frischt wenn ich es vermietet erworben habe und zieht dann erst noch ein habe ich eine frischt von drei kalenderjahren das heißt drei jahre müssen angeschnitten sein das heißt im zweifel ein drescher zwölfter ein ganzes jahr erster erster dann sind drei jahre angeschnitten und dann kann ich also steuerfrei veräußern eigennutz ist steuerfrei veräußerbar entweder gar keine frischt weil ich es leer gekauft habe oder die drei kalenderjahre frisst und die vorfälligkeit in der finanzierung entsteht entsprechend auch nicht weil ich meine mein sonderkündigungsrecht entsprechend nutzen kann und dann kann ich natürlich massiv kapital aufbauen indem ich ein ländliches einfamilienhaus erwerbe schön herrichte dann mal zwischendrin vor free fast ein bisschen gewohnt habe und dann damit die zeit überbrückt habe uns dann wieder steuerfrei veräußert habe immer mal wieder so ein eigennutzer flip nebenher zu machen ist die strategie von vielen unserer kunden und absolute zielführende sache zum vermögensaufbau und um eigenkapital für weitere buy und hold investments oder weitere fix und flip deals bereitzustellen steuerfrei veräußern wir